hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen heute god at home und ich würde sagen wir starten einfach mal direkt ruhe was für in spielen sehr selten haben ja hi mom so i got my ticket home from europe i get back on june six but it's a really late flight because that was the cheapest so it gets in at midnight but don't worry i'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up like really seriously you don't have to okay so love you see you soon bye okay wir kommen unmitternacht zuhause an ihr habt es gesehen neues spiel ich kenne das spiel auch noch nicht ich habe mir nur kurz was dazu durchgelesen und ja wir lassen uns jetzt überraschen so damit es nicht allzu laut ist für euch wobei das müsste eigentlich ja so ja äh okay gucken ok strg ist das was das ist ranzoom springen können wir nicht okay er drückt rechner und schifft um den gegenstand in der hand zu untersuchen tschüss becher 599 schatze gekostet und schlüssel katie tut mir leid dass ich nicht da sein kann wenn du kommst aber es ist leider nicht möglich bitte bitte stell nicht das ganze aus dem kopf um herauszufinden wo ich bin ich will nicht dass jemand weiß ich will nicht dass es jemand weiß wir sehen uns irgendwann wieder macht dir keine sorgen ich liebe für dich sam okay irgendwas ist passiert ähhhhh okay 2700 dollar alles klar kate so much has changed even just since you've been away we moved into this house im in a new school and my big sister being gone for a year doesn't make it any easier it doesn't feel real but i'm not gonna let it phase me i used to tell you everything and if i can't do it in person because you're off gallivanting around who knows where i'll tell it to this journal just like i was talking to you okay pflaster 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 reinigungspulver um us mouse schnell ú moment die muss ich mal ganz kurzen runter machen hier so Ja, viel besser. Äh, daraus werde ich nicht schlau. Okay. Notiz. Äh, dein alter Freund Daniel hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er ein Nintendo hatte. Gut. Sam. Sam. Hello. Sam. Sam, wo bist du? Wirklich? Ich muss mit dir sprechen. Was? Bitte, bleib da. Warum habe ich keinen Untertitel? Hi, Mom. So, ich habe mein Ticket nach Hause von Europa. Ja, ich komme zurück auf Juni 6, aber es ist eine sehr lange Zeit, denn das war der cheapest, also es geht in am Mittwoch. Aber keine Ahnung, ich bekomme einen Shuttle aus dem Flugzeug, damit du mich nicht aufhören kannst. Ich habe mich nicht aufhören, weil du nicht aufhören kannst. Okay, also, liebe dich, bis bald, tschüss. 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 Mal. Warte mal. Das da bin ich. Boah, ich dachte schon. Nein, da ist es dunkel. Da gehen wir nicht rein. Notizlesen. Fahrzeit 1 Stunde 10 Minuten. Okay. Taschentücher. Für was man die auch immer braucht. Tür zu. Oh. Okay. Brettspiel. Oversaal. Schon seltsam, dass keiner hier ist. Okay. Mechow in Mexico. Interessant. Interessant. Buch. Oh ne, ne Bibel. Zurücklegen. Liebe Jahren. Es ist so schön, wieder von dir zu hören. Diese ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Bla 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 bla. Wer das lesen möchte, drückt bitte gerne auf Pause. Also wie geht's dir Mädels? Jetzt ist Katie schon weg zu ihrem großen Abenteuer in Europa. Apropos neidisch. Schreib mal bitte zurück. Da 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 da. Okay, die ist verschlossen. Da hab ich ein Inventar? Ja. Okay, hier sind wir. Da ist Verschlossene. Passport oder Boarding Pass. Okay, kann ich mit dem Schlüssel irgendwas machen? Nein. Alter, hoch möchte ich aber noch nicht. Äh, wir gehen mal in diesen dunklen, dunklen Flur. Oh, es gibt Licht. Oh. Paris, Mom, Dad and Sam, I, Born Hill, ach du Heimatland, lass mich doch damit. In Ruhe. Okay. Ich hab da hinten irgendwas gehört. Ja, das Radio an. Willkommen, euer Schüler. Da, 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 da. Oh, mein Gott. Das hört sich verdächtig da draußen an. Aber das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, seid entspannt, genießt den Tag und bye bye. Als auch ins標eios. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.